Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich ein Oldie but Goldie. Wir schminken ein Full Face nur mit den klassischsten Drogerie-Produkten aus der Drogerie in mein Gesicht. Und schau mal, wie gut sind diese Oldschool-Maker-Produkte, die heute noch seit Jahren in der Drogerie stehen und immer noch gekauft werden. Ich habe alle Produkte hier und ich bin gespannt, wie dieser Look am Ende wird. Ich bin super gespannt, was eure Drogerie-Klassiker sind. Ihr werdet sehen, in welche Richtung das Ganze geht. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Denn eventuell verstecken sich in diesem Video wieder kleine Emojis, die ihr zählen könnt. Ich hatte euch am Wochenende, ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht, gefragt, welche Videos ihr euch wünscht. Denn wir sind auf dem Weg ins neue Haus. Und ich muss ein bisschen vordrehen. Ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen, hey, lass doch ein paar Videos ausfallen. Ich weiß, es ist niemals böse gemeint. Nur, das funktioniert nicht. Wenn ich meinen Rhythmus verliere, dann geht der ganze Algorithmus durcheinander. Und ich brauche Wochen oder Monate, um wieder auf diesen Algorithmus zu kommen. Deswegen drehe ich vollst motiviert vor. Heute ist Pfingstmontag und wir starten. Ich wusste nicht so ganz bei manchen Produkten, was ist jetzt ein typischer Klassiker. Manche Produkte, die wirklich Klassiker sind, gibt es natürlich gar nicht mehr. Aber alle Produkte, die ich jetzt hier habe, sollten meiner Meinung nach im Standardsortiment sein. Und das heißt immer, die Produkte werden immer noch gut verkauft und wir können sie weiter produzieren als Marke. Ganz, ganz wichtig ist zu wissen, dass die Drogerien wirklich kämpfen. Sobald sich ein Produkt nicht so gut verkauft, wie erwartet, wird es ausgelistet. Denn der Platz ist super begrenzt und sehr, sehr beliebt. Und deswegen müssen da Produkte rein, die funktionieren und gerne gekauft werden. Ich starte mit dem Maybelline Face Studio Prime Hydrating Primer. Ich finde, beim Primer war ich nicht ganz oder fehlt es mir nicht ganz so einfach, einen auszuwählen. Der hat so eine weißliche Konsistenz, ist im Prinzip eine Feuchtigkeitscreme. Ich finde, der hinterlässt aber immer ein sehr, sehr schönes Finish auf der Haut. Schreibt mir gerne mal Produkte auf, die ihr anstelle der Produkte, die ich ausgewählt habe, ausgewählt hättet. Ich finde, das ist immer ganz spannend. Ich mag den ganz gerne. Der hinterlässt wirklich so einen Wet Skin Effekt. Ihr seht das sofort. Ist im Prinzip, und damit kann ich ihn vergleichen, vom Finish her, ja, vielleicht so ein bisschen wie meiner mit Rival Loves Me. Ähnlich, so in die ähnliche Richtung vom Finish her auf jeden Fall. Liebe ich. Und jetzt, Freunde, eine Foundation, die es leider nicht mehr in der originalen Version gibt. Was aber eigentlich heißt, dass die Firmen sich wirklich damit auseinandersetzen, was auch das Feedback der Konsumentinnen ist. Wenn ihr euch an die Essence Fresh & Fit Foundation erinnert, die war ja immer super, super beliebt. Und manchmal ist es halt aber an der Zeit, die Formulierungen zu ändern. Weil einfach der Bedarf oder die Wünsche der Kundinnen sich ändern. Viele wollen jetzt Skincare in ihrem Make-up haben. Viele wollen ein anderes Shade Range haben, ein anderes Finish. Und ich habe hier die recht neue Essence Fresh & Fit Foundation mit Vitaminkomplex. Die ist ein Klassiker, finde ich. Genauso wie diese klassischen L'Oreal und Maybelline Foundations. Mag ich gerne eigentlich alle. Und das sind mittlerweile ja auch wirklich solide Foundations. Da kannst du ja wirklich nichts sagen. Ich muss sie mir ein bisschen dunkler machen. Weil, obviously, ist das nicht mehr meine Farbe heute. Ja, besser. Und blende mir das Ganze einfach erstmal mit meinem Pinsel aus. Übrigens, die Pinsel von mir und Letizia Lehmach sollten bald wieder erhältlich sein. Ich habe schon die Nachricht bekommen, dass die Verpackungen schon da sind. Und die Pinsel sind jetzt auch in den letzten Zügen. Allerdings werde ich den Launch oder den Restock nicht mehr vorm Umzug machen. Es sieht hier einfach katastrophal aus, Freunde. Und hier stehen so schon überall Kisten. Und ich glaube, dass es einfach nicht dem gerecht wird, wenn ich das mal eben so schnell nebenbei mache. Das will ich nicht. Ich möchte, dass ihr auch diese Experience beim Auspacken habt. Und das kriege ich im Moment einfach nicht hin. Deswegen hoffe ich, dass der Restock irgendwann jetzt im Juli stattfinden kann. Die Foundation sitzt fantastisch auf der Haut. Sie hat ein wirklich sehr, sehr schönes, frisches und glowy Finish. Aber sehr natürlich. Eine hohe Deckkraft ist super, super günstig. Also ihr seht es auch an den Preisen, die ich euch einblende. Ich glaube, das teuerste Produkt ist der Primer. Ja, vielleicht das Setting-Puder, was wir benutzen. Aber die Foundation, iconic. Ein kleines Stückchen näher seid ihr auch einmal, damit ihr alles ein bisschen besser sehen könnt. Wir kommen zum nächsten Produkt und da werde ich ganz sentimental. Das ist der Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Dieses Produkt hat tatsächlich so ein bisschen die Liebe von mir, sehr, sehr hell heute, von mir und Catrice tatsächlich erweckt. Ich erinnere mich, als ich noch kein YouTube gemacht habe, war das wirklich so das erste Produkt an wirklich Make-up. Ich habe ausgenommen diesen, oh Gott, wie hießen die, Clearasil Pickle Sticks, die ich wirklich benutzt habe. Und damals, weiß ich noch, 3,45 Euro, weiß gar nicht, ob die immer noch 3,45 Euro kosten, war das, ist eine Menge Geld gewesen. Und dann habe ich meine Mama immer gefragt, ob sie mir den Concealer mitbringen kann. Und ich habe tatsächlich damit, weil ich noch nichts anderes hatte, immer meine komplette Base gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ich fand, Concealer war für mich dasselbe irgendwie Foundation. Ich habe den komplett übers gesamte Gesicht gegeben und unter den Augen dann ein bisschen mehr benutzt. Und irgendwie war das dann in Ordnung. Wird ich heute tatsächlich nicht mehr machen. Ich habe ihn jetzt in der Farbe 015 Honey. Der ist leider zu hell. Ich habe halt schon viel aussortiert hier. Viele Concealer, die ich einfach so im Alltag nicht mehr benutze. Und habe die dann euch verschickt. Und jetzt habe ich den, der offen war. Das ist die 15. Ich lasse ihn ja mal kurz ein bisschen eintrocknen und blende mir erst mal die Highlights hier so ein bisschen aus, dass sie sich ein bisschen besser verblenden lassen. Das ist ein solides Produkt. Also heute noch von der Langlebigkeit her. Das war aber damals ein Game Changer, muss ich sagen. Also als der rausgekommen ist. Es gab in der Drogerie nichts dergleichen von dieser Deckkraft. Das ist schon wirklich bemerkenswert gewesen. Und heute ist das nicht mehr die stärkste Deckkraft, die wir in der Drogerie haben. Also man merkt schon, wie krass sich die Formulierungen geändert haben. Und auch die Produkte an sich. Aber es ist trotzdem ein so solides Produkt, dass er seit Jahren im Standardsortiment ist. Was wird hier heute ein Maxim Giacomo 2018 YouTube Anfangslook? Ich sage es euch. Es ist hell. Es ist hell. Zum Fixieren, Freunde. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr mir schon ganz lange folgt, dann kennt ihr das vielleicht. Das Koti Airspun Powder. Seit 1935 unveränderter Formulierung. Es riecht auch so, als wäre es von 1935. Es ist... Es riecht wie... Ich will nicht sagen, ich habe einmal einen riesen Shitstorm bekommen von jemandem, weil ich gesagt habe, er riecht halt ein bisschen reifer. Da ist so ein... Ich finde, meine Uroma hat immer so gerochen. Dieser ganz bestimmte Parfum-Duft. So ein bisschen... Ein bisschen Chanel Nummer 5. So riecht es. Eigentlich ganz nice. Ich habe es seit Jahren nicht mehr benutzt. Das gab es auch, glaube ich mal, in der Drogerie in Deutschland. Es gibt es aber noch bei Amazon. Das ist immer noch eins der beliebtesten Puder von mir, obwohl ich es schon lange nicht mehr benutzt habe. Das hat ein bisschen Farbe drin. Ich gehe mit meinem Microfiber Multi-Tool Mini einmal rein. Das habe ich tatsächlich noch nie probiert. Und das ist schon fast Theaterschminke. Also da kommen Erinnerungen hoch von dem Duft. Kennt ihr das noch? Schaut euch das mal an. Wie extrem das auffällt. Und wie weichzeichnet dieses Puder ist. Also ich habe neulich schon mal mit Coty gesprochen. Und ich habe gesagt, Freunde, trust and believe, ihr müsst dieses Puder irgendwie wieder rausbringen. Nur überarbeitet, weil es halt einfach immer noch so ein Favorit ist. Coty, so gibt es nicht mehr als Marke, die Make-up selber rausbringt. Ähm, iconic. Freunde, eigentlich müsste ich das Video umnennen. Maxim Giacomo 2018. Rest in Peace. I love it. Dieser Duft. Ich liebe es. Ich liebe es. Wir lassen das Ganze mal kurz so ein Momentchen becken. Bacon? Ich nehme ein bisschen Puder hier auf den großen Pinsel. Auch danach werde ich oft gefragt. Das ist auch einer von Letizia und mir. Den gibt es aber tatsächlich noch nicht. Wir arbeiten gerade dran, um ihn wirklich zu perfektionieren. Und vielleicht schaffen wir es noch Ende des Jahres. Aber ihr wisst, das ist halt im Moment auch super, super schwierig, die Lieferketten einzuhalten. Und auch überhaupt hinzukriegen. Und vor allen Dingen, die sind ja handgemacht. Also das ist keine Fabrik in Asien, die die Haare da reinsteckt und zumacht und fertig, sondern da sitzt wirklich jemand und macht das. Und das dauert natürlich. Und ich bestelle ja nicht nur fünf, sondern mache mal noch ein paar Nullen da mit ran. Okay. Ich blende das einmal aus. Das ist schon wirklich super, super. Es sieht aus wie ich damals. Wow. Es hat eine Deckkraft. Dadurch, dass der Concealer, den ich jetzt benutzt habe, vielleicht nicht die Deckkraft hat, die ich heutzutage benutzen wollen würde. Sieht ein bisschen verrückt aus. Aber ich liebe es. Es ist extremst weich gezeichnet. Extremst. Und wir kommen zu einem Produkt, auch das kennt ihr alle. Das ist der Rival Loves Me Tropical Bronzer. Auch das war ein Produkt, was mich und Rival Loves Me so ein bisschen zusammengebracht hat. Ein iconic Produkt. Ihr seht es. Pigmentiert. Billig. Also, billig klingt immer so negativ, ne? Es ist super, super günstig. Das Ding kostet drei Euro vielleicht. 1,99. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Das ist ein Schnapper. Da kannst du wirklich nichts sagen. Und damals, als der rauskam, waren alle in heller Aufregung. War ich so aus wie eine Drag Queen heute. Da waren alle in heller Aufregung, weil es einfach so etwas damals noch nicht gab. Und jetzt ist das halt wirklich so ein Standardprodukt irgendwie geworden. Ich probiere jetzt mal mit dem Bronzer meine Base so ein bisschen an meine Hautfarbe anzupassen. Irgendwas ist hier gerade passiert, wo ich sage, uh, das war vielleicht ein bisschen viel. Ist egal, Freunde. Ich sehe so aus wie damals. Das war einfach ein fantastisches Produkt. Tatsächlich ging es auch damals so ein bisschen darum, dass Benefit gerade sehr, sehr beliebt war. Und ich muss ehrlich gestehen, das Ding ist besser als das von Benefit. Also, es ist a, ein vielfaches günstiger und b, auch von der Textur her und vom Duft her und vom Finish her einfach iconic. Eigentlich, ähm, kleiner, kleine Erzählung. Ähm, darf ich bestimmt erzählen. Äh, als ich die Kollektion mit Riva Lausanne gemacht habe, haben wir natürlich auch überlegt, ob wir den Bronzer mit reinbringen. Und ich wollte eigentlich den Chocolate Lovers Bronzer mit reinbringen. Ähm, wollte ich dann aber nicht, weil ich ja eigentlich einen eigenen Bronzer rausbringen wollte. Den hattet ihr ja neulich gesehen. Das Ganze ist gecancelt worden. Ähm, gut, dann gab es keinen Bronzer, aber, Freunde, was nicht ist, kann auch, kann auch werden. Ich liebe dieses Produkt. Beim Blush fehlt es mir tatsächlich ein bisschen schwerer, etwas auszusuchen, was viele Leute mit abholt. Deswegen habe ich einfach zwei verschiedene mitgenommen. Einmal diesen hier von L'Oreal, den Melandola Baby. Den habe ich euch in einem Video gezeigt, was ihr, glaube ich, schon gesehen habt am Montag, jetzt vor ein paar Tagen. Fantastisches Produkt. Genauso wie diesen hier. Und ich tendiere tatsächlich eher zu dem Milani Luminoso Blush. Das ist, das ist so ein Produkt, das gab es schon immer, das wird es wahrscheinlich auch immer geben. Und ist iconic und wirklich, wirklich gut. Ich finde es tatsächlich auch so ein bisschen schade, dass Milani nicht mehr so präsent ist. Wisst ihr, was ich meine? Schaut, seht ihr diesen Glow auf der Haut? Vielleicht muss ich nochmal so ein Full Face Milani oder so machen. Wo gibt es den Milani? Ich glaube bei dm, mittlerweile. Ich werde mir das Ganze mal anschauen. Schreibt mir gerne mal eure Milani Favoriten in die Kommentare. Ich sehe aus wie ich vor drei Jahren. I love it. Ich mache mir ganz kurz die Augenbrauen, aber nicht so wie vor drei Jahren. Und dann schminken wir was auf die Augen. Eigentlich wollte ich etwas von BH Cosmetics mit in dieses Video bringen. Aber ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. BH Cosmetics gibt es so, wie wir es kennen, nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich drüber, also ich, literally, ich weiß nicht, ob ich drüber reden darf. Ich habe nämlich, äh... Ne, sobald das Thema durch ist, kann ich es euch sagen. Da ist natürlich ein bisschen was passiert und, ähm, wir haben alle Post bekommen. Also alle, die mit denen zusammengearbeitet haben. Egal, wir machen was auf die Augen. Da fühlt es mir super schwer, weil Lidschatten, fand ich, ist immer etwas, was recht schnell fluktuiert in der Drogerie. Ich habe jetzt hier von Essence einfach diese coolen Nude-Palette mitgenommen. Die habe ich, glaube ich, selber so noch nicht probiert. Aber diese anderen, The Brown Edit und The Beige Edit oder so heißen die. Sehr, sehr gute Paletten. Ähm, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich mega. Ich starte mit einem kleinen, fluffigen Pinsel und gehe in diesen Grauton hier rein. Es wird heute ein richtiger Smoky-Eye-Look. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als in der Drogerie wirklich eigentlich alles blau und grau war. Und das ist so irgendwie die Norm, oder? Ich weiß es nicht mehr. Erinnert ihr euch so an die... Ja? Oh, nein. Essence-Matte-Mousse. Gibt es das noch? Ich glaube, ja. Ich glaube, meine Oma benutzt das immer noch. Und das sieht fantastisch bei ihr aus. Ich muss mir meine Oma fragen, ob sie mir ihre... Habt ihr darauf Lust? Dann frage ich sie, ob sie mir mal ihre Make-up... ähm... Make-up-Kiste geben kann. Und dann schmink ich meinen Look damit. Was... Also, ihr müsst euch meine Oma vorstellen. Meine Oma benutzt, weiß ich nicht seit wie vielen Jahren, ich glaube schon seit 50 Jahren, mindestens 60 Jahren, jeden Tag. Jeden Tag Lichtschutzfaktor 50 plus, plus, plus. Seitdem es das halt gibt, ne? Und vorher auch immer Lichtschutzfaktor, immer Lichtschutzfaktor. Die Frau hat nicht eine einzige Falte im Gesicht, die nicht ihrem Alter entspricht. Also, meine Oma geht auf die 80, ne? Die sieht aus von ihrer Haut wie eine 40-Jährige. Das ist unglaublich, was dieser Lichtschutzfaktor ausmacht, ne? Sie pflegt natürlich auch immer das... Ich glaube, von ihr habe ich das auch. Dieses ganze Pflegen und Schminken und so. Das ist halt immer zurechtgemacht im Gesicht. So eine Klassiker-Omi. Schöne Palette. Ich liebe diese kühlen Looks. Jetzt vielleicht nicht im Sommer, aber zum Herbst, Winter dann vielleicht. Aber ich dachte, ich probiere es mal mit dieser Palette. Ich wollte sie einfach mal ausprobieren. Ich mische ein bisschen was von diesem hellen Grau hier rein, um hier oben einfach einen weicheren Übergang hinzukriegen. Ich finde, dass diese Farben eigentlich gar nicht mehr so regelmäßig genutzt werden, oder? Es geht weiter mit einem flachen Pinsel und ich gehe hier wirklich in dieses Schwarz. Klopfe gut ab und presse mir das erstmal hier komplett auf mein bewegliches Lid. Das ist so... Ich finde, wir sollten ein bisschen von... Also, auf niemals kommen wir von Braun-Tönen weg, bitte, ja? Aber so ein klassisches Smoky-Ei finde ich super, super verführerisch. Ich würde ja gerne mal ein Video mit jemandem drehen, die sich so Ende der 80er, 90er geschminkt hat. Auch mit den Produkten vielleicht. Das finde ich super, super spannend. Ich kenne nur niemanden. Und das blende ich hier noch so ein bisschen aus. Und wir haben ein sehr, sehr klassisches Smoky-Ei. Das ist krasser, als ich eigentlich für diesen Tag geplant hatte. Ich meine, heute ist ein klassischer Montag. Ist jetzt nicht ein klassischer Montags-Look, aber... I love it. Auf die Augen wollte ich noch was geben und ich musste einen Monolidschatten nehmen, weil ich finde, nichts ist klassischer als Monolidschatten. Ich habe jetzt hier einen von L'Oreal in der Farbe 29 Roofless. So ein richtig schönes 2002er Blau. Und das wollte ich einfach nur so ein bisschen hier rauf tupfen. Unterirdisch pigmentiert, ne? Aber nur für so einen kleinen Touch of Blau, dachte ich mir. Ja, ich fand es vorher schöner tatsächlich, aber ist okay. Als Mascara benutzen wir selbstverständlich nichts Geringeres als die Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara. Ist ein Produkt, gibt es gefühlt schon immer. Eigentlich wollte ich diese gelbe nehmen. Kennt ihr noch diese... Ich weiß gar nicht mehr, von wem sie war. Ich glaube Max Factor oder L'Oreal oder so. Diese klassische gelbe, die in den 2000ern super, super in war. Ist aber auch wirklich eine sehr, sehr gute Mascara hier. Und das ist mein Look mit Drogerie-Produkten, die Klassiker sind meiner Meinung nach. Ich bin super gespannt, welche Produkte ihr als Klassiker seht. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und für den Vorschlag, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!